So, ich will hoffen, dass das jetzt alles wieder reibungslos funktioniert. Wir hängen immer noch hier. Und es geht gerade so. Chinese benötigt. Was für ein Zufall. Wir besitzen Chinese. Was für ein Zufall. Hier kommen bestimmt gleich wieder Gegner, die uns umarmen wollen. Was? Wir sind schon wieder voll. Ja, ich Idiot hab das Schema auch wieder vergessen. Ja, klasse. Komm. Nach oben, nach oben. Runterziehen. Aber nicht. Nebenaufgabe. Oh, tut mir leid. Ich höre doch was. Okay, und was hab ich jetzt genau gemacht? Ich hab das Teil zum Bewegen gebracht. Egal. Ich würd mal sagen, wir probieren jetzt mal ne andere Waffe aus. Toll. Probieren wir es doch einfach mal aus. Wieso klopft das nicht? Ach komm, ich krieg irrt zu viel Munition. Ich treff euch noch. Entschuldigung. Zack. Ende im Gelände. Du 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 du. Ach, wir gehen jetzt erstmal etwas weiter mit dem Teil hier rum. Chineser, komm zu mir. Danke. Und wie fährt das? Achso, gut. Geh ich hier runter? Das ist mein Aufzug. Äh, mein Aufzug ist es ja nicht. Wie nennt man das Teil jetzt? Ich hab keine Ahnung. Egal. Das ist mein Ding. Mein Transporter. Wie gut, dass wir hier ganz allein drin sind. Friends. Mal schauen, wie das Teil jetzt funktioniert. Hey. Das ist teuer. Das ist toll, das mag ich. Das war. Ah. Okay, Leute. Ihr wollt nicht sterben. Das ist auch in Ordnung. Oh. Aber gleich so viel auf einmal. Ich hab genug Munition für euch alle. Kein Problem. Ist nur die Sache mit dem Platz. Ihr dringt euch alle so zusammen. Komm, hau Degen. Hau drauf. Ich. Ich traue dem Braten nicht. Ich traue keinem Braten. Mögt ihr Braten? Ich nicht. Braten schmeckt nicht. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch-Tempo. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekauft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder eröffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Tempel, Hau. Na, 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 na. Okay, weiter geht's. Also mögt ihr braten? Ich nicht. Ich esse da lieber andere Sachen. Unkonventionellerweise auch sowas gern wie Pizza oder so. Uh, explosiv. Was ist denn da drin? Nein, Energieknoten! Juhu! Freude. Energieknoten erhalten. Das ist schön. Hier drin sollte mich nicht so schießwürdig sein, weil das Teil macht bestimmt viel Schaden. Und da lagen die. Okay. Lass mal gucken, ob man überhaupt richtig ist. Und es krägt ab. Na, na, na. Ah, so sieht also der tolle Schuss aus. Nee, da nehm ich besser dich. Weil mir scheint die Strahlenkanone dann doch erstmal zu wertvoll zu sein. Äh. Haben wir eigentlich Lebenspunkte verloren? Steht das hier irgendwo? Nein, aber wir benutzen... Ja, wir haben anscheinend Lebenspunkte verloren. Egal. Dunkelheit. Was? Das hat sich doch gerade noch bewegt. So. Und an dieser Stelle... ...speichere ich auch erstmal wieder. Und jetzt... ...gehe ich auch mal eben aus Dead Space raus. Und schaue mir an, ob die Aufnahmen überhaupt irgendwas geworden sind. Also Leute. Keine Ahnung, wie ich die Teile jetzt geschnitten hab. Mal schauen. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. So. Und willkommen zurück bei... ...Let's Play Dead Space. Wir sind immer noch auf der Ishimura. Da wo sich... ...glaube ich, das ganze Spiel... ...aufhalten wird. Ich frasse weiter meine Wasabi-Teile. Laut. Damit ihr damit auch was habt. Ähm. Noch ein Schema. Ripper. Mhm. Das möchte ich gern mitnehmen. Aber... ...dafür müssen andere Sachen weg. Mhm. Ob's eine neue Waffe ist oder so. Keine Ahnung. Lässt sich doch nicht so runterziehen. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert ein Sek. Ich hab eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt was. Falsche Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ah, bestimmt falscher Alarm. Bei dem, was man alles hier sieht, ist das bestimmt falscher Alarm. Ist alles in Ordnung. Ganz bestimmt. Du warst doch vorhin noch ganz woanders. Wieso gibt's keine Granaten oder so? Ich würd da jetzt gerne Granate hinschmeißen, um zu gucken, ob da irgendwann etwas kommt. Also, ich kann ingehm gerade den Herzschlag hören. Sehr interessant gemacht. Sehr geil. Mach mal auf. Lass mal gucken, was du drin hast. Strahlenmunition. Das Spiel hat viel zu viel Munition für mich übrig. Hauptsache, die Viecher stellen sich nicht irgendwie tot. Ja, dafür macht's woanders Bock. Uah! Hallo! Komm mal runter! Bist tot? Du siehst aber lustig aus. Haha! Mit dem können wir rumspielen. Hahaha! Darin hab ich jetzt gerade meinen Spaß. Komm! Wieso lässt er sich nicht umschießen? Können wir uns die auch noch mal so betrachten? Uh! Zack! Gegen die Wand! Also, sowas hatte ich auch noch nie. Ich hab zuerst gedacht, das Teil wird noch leben. Hahaha! Ja! Leute, kommt her! Hier ist was kaputt. Hört ihr diese wispernde Stimme? Wispern... Äh! Diese... Jetzt hab ich das deutsche Wort dafür vergessen. Ähm... Diese... Murmelnde Stimme. Ja, hallo? Von wo? Kommt mal her, Leute! Ich hab's doch gehört. Ich brauch Granaten. Ich hab's doch gern Granaten. Dann wär hier ne Bombenstimmung. Das ist doch... Das ist doch... Vielleicht kommen die wieder. Von irgendwo her. Außer ich renne da ganz schnell hin. Jetzt! Total überzogene Theatralik. So, mein Dings. Wir fahren jetzt... zurück. Tschööö. Ja, die Musik macht es schlimmer, als es ist. Wir sind angekommen. Bereit? Ich rede grad zu wenig. Weil ich grad auch keine Lust hab, mich erschrecken zu lassen. Das haben diese Horrorspiele echt... Nein, ich muss woanders lang. Okay. Okay. Komm ich mit klar. Ich soll da lang, ne? Ja, genau. Nach links. Ach so. Ja, hier hab ich ja schon Kollegen umgeschossen. Mit seiner Brut. Aber hab ich hier noch nicht mehr? Was war denn da oben? Wieso wundere ich mich grad? Ach so, da ist noch ein Kontrollraum. Hab ich Leben verloren vorhin? Nein. Wir sterben doch nicht. Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Es ist schön, wenn's nur einen Weg gibt. Ah, jetzt geht das wieder los. Ja, komm. Fress den, fress den. Guten Appetit. So, komm raus. Ich will spielen. Ja, komm. Komm, komm, komm. Was macht denn jetzt bumm, bumm, bumm? Sollen wir uns das jetzt... Ach so, dadurch komm ich in den Kontrollraum. Okay, komm. Epic Battle. Was macht? Hä? Ich versteh's nicht. So, jetzt darfst du herkommen.